Das große Pferderennen von Marrakesch. Hier treten die kühnsten Reiter und die edelsten Pferde gegeneinander an. Doch nur Männer dürfen an dem Rennen teilnehmen. So ist das gewiss. Alles begann mit dem Begräbnis meiner Mutter selbst. Als dein Bote mit der Nachricht kam, bin ich sofort ausgebrochen. Herr Schellmann, der damals nur geschafft hat, Herr Schellmann. Mein Kind hat das. Welchen Namen gab es hier? Seiner. Seiner, ich werde dich jetzt bitten. Ich kenn dich nicht. So begann mein neues Leben. Bist du deine Tochter? Ja, deiner. Sie kommt mit. Das Rennen von Marrakesch ist etwas Wunderbares. Findet nur alle vier Jahre statt. Aus dem ganzen Orient kommen die besten Pferde, um der Hand teilzuleben. Wir müssen uns hüten. Es gibt Pferdeliebe in diesen Bergen. Geht ihr besser? Schönen, 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 schönen. Ich bin die Königin. Ich hole mir meine Pferde zurück. So lasse ich meinen Vater langsam kennen. Singal aber gehörte meiner Liebe schon nennen. Noch nie hatte ich so ein Weg gegeben. Ich muss mich schön zu sehen. Alles klar, Entschuldigung. Die Stirn, der Rücken und die Nüste. Zum ersten Mal saß ich auf Singal. Wir jagten davon und ich erfüllte einen Glück, wie ich jetzt bevor noch nie verspürt hatte. Ich bin deiner und werde mit meinem Pferd Singal das große Rennen reisen. Ein sauer To-Bahn verdeckt meine langen Haare. Keiner weiß, dass ich ein Mädchen bin. Nichts. Ne Ada. Untertitelung des ZDF, 2020